Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Finden im Zigeunerkahn, Nachtquartier und Liebe, wo die alten Hexen fett aus den Fenstern gaffen und im schmierigen Korsett ihre Pfeifen pafen. Wo die Weiber niemals stumpf in die Rippen fahren, wo die Weiber unterm Strumpf ihr Wechselgeld verscharen. Abends randaliert das Park, oftmals kreist die Flasche und es schwingt der Bettelsack hin zur Hurentasche. Hey! Der knisternd Lot rückt die Welt zusammen. Selbst der alte Kunde Tod hockt mit bei den Flammen. Spielt die Geige Herzenswund, schmelzen selbst Gendarme und sie fallen dem Lumpenhund schluchzend in die Arme. Legende Musik La 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 Schnorrer, Penner, Schrägenaren, Text von Fritz Grassoff, Musik ist slowakisch und aus dem 20. Jahrhundert. Ein wundervolles Stück Musik, bekannt geworden, selbstverständlich durch meine lieben Kollegen von Die Streuner, die vor gar nicht allzu langer Zeit 25-jähriges Bandjubiläum gefeiert haben und zum 25-jährigen Bandjubiläum ihr siebtes Album rausgebracht haben. Das Album und den Link zu den Streunern findet ihr wie immer da unten. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht allzu doll die Decke auf den Kopf fallen in dieser doch recht strangen Zeit, in Zeiten von Corona. Ich hoffe, ihr hört und schaut ab und zu mal in meine Videos rein. Ihr könnt ja mal so ein bisschen durchscrollen durch die alten Videos. Hier drüben findet ihr, Moment, jetzt muss ich gerade gucken, ja genau, hier drüben findet ihr jetzt gerade ein Video, was auf eure Hörgewohnheiten und auf eure Klickgewohnheiten zu meinem Kanal passt. Es ist also bei jedem ein anderes Video, also klickt doch mal da drauf und guckt euch das Video mal wieder an und schaut auch in ein paar andere rein und hört auf Spotify, das würde mich sehr, sehr freuen. Noch viel mehr freut mich zu dieser Zeit natürlich all die Unterstützung von meinen lieben, lieben Patreons. Wir sind zum ersten Mal in diesem Jahr wieder etwas angewachsen, was mich gerade zur jetzigen Zeit natürlich unfassbar freut. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal einen Blick auf meinen Patreon-Kanal werfen mögt. Da gibt es ganz viel zusätzliches Material, Posts, Videos, Bilder von mir, Behind-the-Scenes-Sachen, zusätzliche Lieder. Klickt einfach da mal auf das rote P, das würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine famose Zeit, passt auf euch auf und bleibt gesund. Euer Sören. Tschüssi.